Am Donnerstagmorgen gegen 9.40 Uhr musste ein Kleinflugzeug der Marke Cessna Typ P210N aufgrund eines Triebwerksschadens zwischen Espenau und Immenhausen Not landen. Der 49-jährige Pilot stellte den Fehler fest und leitete eine sogenannte Sicherheitsaußenlandung ein. Auch die ermittelnden Beamten der Luftsicherheit konnten keine andere Ursache erkennen. Das Flugzeug setzte etwa 500 Meter östlich von der Landstraße 3386 zwischen Espenau und Immenhausen auf einem Acker auf. Der Pilot wurde leicht verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Tragfläche, Rumpf, Rotor und Tank wurden bei der Landung beschädigt. Nach Angaben der Polizei wird der Sachschaden auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Rumpf, Rotor und Tank wurden bei der Landung beschädigt.